Freue dich auf eine vollkommene Neuausrichtung deines Lebens. Ja, will ich das denn? Ich will doch einkaufen gehen und wissen, was mir dabei hilft. Jetzt versuche ich den Text nochmal genau unter dieser Prämisse zu sehen. Beim Einkaufen, das Karma. Langer Text, aber ich muss ihn einfach nochmal lesen. Freue dich auf eine vollkommene Neuausrichtung deines Lebens. Der letzte Satz, der macht mir fast schon ein bisschen Angst. Die erste Reaktion war ja, will ich das? Will ich das? Mein Leben komplett neu ausrichten? Mir geht's doch gut. Ich will doch nur einkaufen gehen. Du hörst Marius' Lebensimpulse. Die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse. Hier auf Radioeinwelle 92,5. In dieser Sendung geht es wie immer um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute befragen wir die Karten. Heute wird ein bisschen orakelt. Ich habe fünf Kartensets mitgebracht von verschiedenen Menschen. Robert Beetz, nennt sich der kleine Führer zum großen Erfolg. Petar, Perlen der Weisheit. Die Blume des Lebens, Barbara Heiderauder. Und nochmal Robert Beetz, ein Gedanke für jeden Tag. Und ein drittes von dem lieben Robert, die Fragen zum Glücklichsein. Das heißt, es gibt Fragen, es gibt Antworten und wie immer jede Menge Musik. Heute besonders viel in dieser besonders spannenden Zeit. Und da steigen wir gleich ein mit Follow the Sun von Xavier Rutt. Tear up this town von Cain. Ja, du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und heute wird etwas orakelt. Ich habe nämlich fünf Kartensets mitgebracht und ein paar Fragen dazu. Und dann schauen wir mal, welche Antworten die Karten geben. Natürlich zu dieser Zeit, zu der besonderen Zeit, die Corona-Zeit, die uns alle betrifft, aus der wir nicht rauskommen, denn sie ist einfach da. Und das erste Kartenset, das ich hier zur Hand nehme, nennt sich Blume des Lebens. Da ist auch die Blume des Lebens entsprechend abgebildet. Es sind 50 Karten von Barbara Heiderauder mit einem Begleitbuch. Und ich ziehe, ich mische erst nochmal die Karten. Also ich mische die Karten und ich ziehe jetzt die Karte, die dir hilft, diesen Monat besonders gut durchzukommen. Also, liebe Blume des Lebens, was ist das, was dir, was mir, was uns diesen Monat besonders gut hilft, durch den Monat zu kommen? Und jetzt durch Zufallsprinzip lasse ich mich leiten. Und ich gehe mal hier an den rechten, mitte, links. So, die Karte, die ist es. Und die Karte heißt Seelenkraft. Die geheimen Tore zu den Hallen der Akascha-Chroniken werden von mir, für mich und für alle Suchenden geöffnet und durchschritten. So, was heißt das jetzt? Da schaue ich mal in dieses schlaue Büchlein hinein. Denn da gibt es zu jeder Karte einen Text. So, Seite 98. Mit dieser Karte öffnet sich dir das Tor zu den Elohim und zu den Tempeln der Akascha-Chroniken, in denen deine persönliche Seelengeschichte von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit aufgeschrieben steht. Tiefe Einblicke in deinen ganz persönlichen Seelenplan werden dadurch für dich möglich. Die Energie der Engelgruppe, der Elohim, ist in dieser Zeit ganz besonders nah bei dir. Die Elohim sind die Hüter der Bibliothek der Akascha-Chroniken und sie wissen, wohin sie dich führen müssen, damit du die Bücher, in denen deine Seelengeschichte geschrieben steht, leicht findest. Deine Seele hat sich für diese Inkarnation einen bestimmten Auftrag gegeben und du erhältst jetzt tiefe Einblicke in deine persönliche Seelengeschichte. Die Blume des Lebens unterstützt dich dabei, deine Seelenkraft noch stärker zu entwickeln und sie in die Ziele deines persönlichen Seelenplans einfließen zu lassen. Deine Seelenkraft wird von den großen Engeln der Elohim genährt. Sie sind jetzt verstärkt an deiner Seite und stehen dir bei all deinen Unternehmungen mit ihrer unerschöpflichen Weisheit zur Verfügung. Challenge Vielleicht fühlst du dich manchmal von den himmlischen Welten isoliert, alleingelassen, ja fast schon vergessen hier auf der Erde. Du bist deshalb geistig manchmal müde und glaubst, dass du nicht mit deiner Seelenkraft in Verbindung stehst. Die Blume des Lebens unterstützt dich dabei. Die Blume des Lebens unterstützt dich dabei wieder in deine Balance, dein Vertrauen und in die spürbare Verbindung mit deiner Seele und der ihr innewohnenden göttlichen Kraft zu kommen. Ja, die Seelenkraft. Was hältst du davon? Was kannst du mit dem Wort Seelenkraft anfangen? Und natürlich kommen da Erinnerungen hoch, denn ich hatte ja zum einen die Andrea hier, die in der Sendung ausführlich erzählt hat, was die Akasha-Chroniken sind. Und auch die Sabrina hat über diesen Zugang erzählt. Und ich sage es ganz ehrlich, dass ich da immer noch so ein bisschen skeptisch bin. Das heißt, für mich ist das jetzt nichts, was greifbar ist. Also ich habe jetzt ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht. Was heißt das? Was kann ich jetzt damit anfangen? Mit Seelenkraft kann ich was anfangen. Und ich glaube auch daran, dass es eine größere Kraft gibt als mich. Eine größere Kraft gibt, die größer ist als wir alle. Und dass ich mich dieser Kraft bedienen kann. Oder dass ich mich da verbinde, dass ich da vertraue, dass da was ist, was mich unterstützt und quasi in Anführungszeichen lenkt. Trotzdem habe ich jetzt ein großes Fragezeichen. Und mal schauen, was passiert, wenn ich die nächste Musik spiele und ich diesen Text einfach mal wirken lasse. Ja, Mark Forster sowieso. Dann deine Worte in Gottes Ohr. Und davor Calvin Russell Crossroads. Ja, auch wir stehen wieder mal an einer Wegkreuzung. Und die Frage ist, welcher Weg ist der richtige? Welcher wäre der, der mehr Leiden verursacht? Und wenn du manchmal gar nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann bleib einfach stehen und halte inne. Seelenkraft war eben die Karte, die ich aus dem Karten-Set Blume des Lebens gezogen habe. Und ich habe mir den Text nochmal durchgelesen und bin jetzt an diesem Satz hängen geblieben. Die Elohim sind die Hüter der Bibliothek der Akasha-Chroniken und sie wissen, wohin sie dich führen müssen, damit du die Bücher, in denen deine Seelengeschichte geschrieben steht, leicht findest. Und damit kann ich sagen, alles klar, ich lausche, höre und bin gespannt auf diese Führung. Kommen wir zu dem nächsten Karten-Set. Und da habe ich jetzt vom Robert ein Gedanke für jeden Tag mir geschnappt. Wegweiser zu einem erfüllten Leben in Freude, Frieden und Liebe. Und das sind 80 Karten. Und auch da das gleiche Prinzip. Ich habe sie schon gemischt, aber das mache ich nochmal. Da gibt es jetzt keine Frage, sondern wir schauen einfach mal, was ist denn jetzt der Gedanke für den heutigen Tag? Den gemischt. Jetzt mache ich es einfach so durchgemischt und mir fallen sie fast aus der Hand. Jetzt nehme ich die oberste Karte. So. Du kamst auf die Erde, weil deine Seele es so wollte, um die Liebe hierher zu bringen. Du kommst aus der Liebe und du bist von Natur aus Liebe. Darum lebe die Liebe und verschenke sie. Sie wird sich vielfach vermehren. Ich musste eben kurz schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt der gleiche Text nochmal, nur von einem anderen Set, aber es ist doch etwas anders. Du kamst auf die Erde, weil deine Seele es so wollte, um die Liebe hierher zu bringen. Du kommst aus der Liebe und du bist von Natur aus Liebe. Darum lebe die Liebe und verschenke sie. Sie wird sich vielfach vermehren. Auch hier sage ich ganz ehrlich, mit dem ersten Teil habe ich immer noch so meine Schwierigkeiten. Du kamst auf die Erde, weil deine Seele es so wollte. Und ich habe meine Schwierigkeiten damit, weil ich sage, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, als Seele diese Entscheidung getroffen zu haben, genau her, hierher, so zu kommen. Ich habe kein Problem damit. Nur ich habe Schwierigkeiten damit, mich damit zu identifizieren, dass meine Seele diese Entscheidung getroffen hat. Du kommst aus der Liebe und du bist von Natur aus Liebe. Absolut. Das ist meine Natur. Darum lebe die Liebe und verschenke sie. Sie wird sich vielfach vermehren. Ja. Da mache ich gerne mit. Ich verschenke Liebe jetzt und hier. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen. Und vielleicht hast du Lust, etwas von dieser Liebe zu empfangen, die da ist und überall. Lebendig. Die Liebe macht lebendig. Das Leben ist lebendig. Wir sind lebendig. Sia und Alive. Leona-Lewis Run Und ich hoffe, du bleibst hier auf der Sendung bei Radio Rheinwelle. Und ich habe bereits das nächste Kartenset zur Hand. Fünf Stück insgesamt heute in der Sendung, wo wir reinhören. Und das nächste Set ist von Petar. Das heißt, die Botschaften von Petar. Perlen der Weisheit. Und Petar, interessanter Name, ne? Also Paula, Apostroph, Theodor, Anton, Anton, Heinrich, Petar, ist ein geistiger Lehrer. Und dieser wird gechannelt von Janni King. Das heißt, es ist kein Mensch, der hier auf der Erde lebt oder in dem Sinn gelebt hat, sondern eben auch ein geistiger Lehrer aus der geistigen Welt. Und Janni King channelt diesen. Und daraus sind verschiedene Bücher entstanden. Und auch dieses Kartenset, was 72 Karten beinhaltet. Und hier frage ich einfach mal, was hilft dir heute persönlich weiter? Das heißt, genauer gesagt, was hilft dir mehr, um heute zu dir zu kommen? Und du hörst vielleicht nebenbei, dass ich schon die Karten mische. Und hier hebe ich einmal ab und wähle die oberste Karte. Jetzt frage ich mich, was ist mit schön gemeint? Geht es da um mein Äußeres, meinen hübschen Körper? Oder ist eine andere Schönheit gemeint? Ihr seid ehrfurchtgebietend schön, aber ihr wisst es nicht. Allein das Wort, ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Ehrfurchtgebietend. Man muss dazu sagen, dass Janni King, ich glaube, Australierin ist. Das heißt, das kommt aus dem Englischen, wurde entsprechend übersetzt. Ehrfurchtgebietend schön. Das Wort darf ich mir noch mehrmals auf der Zunge zergehen lassen. Aber ihr wisst es nicht. Also werde ich mich jetzt daran erinnern, dass ich ehrfurchtgebietend schön bin. Wow. Jetzt würde ich gerne wissen, was du dazu denkst, was du davon hältst, was das in dir auslöst. Ehrfurchtgebietend schön. Also auch hier ein Blub, lasse ich einfach mal wirken, während wieder Musik läuft und mal schauen, dass da bei mir noch so hochkommt und ankommt. Liebe ist meine Rebellion. Frieder Gold. Ja, Frieder Gold, Liebe ist meine Rebellion. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe ein Lied, was passt zu der Karte, die ich eben vorgelesen habe. Ihr seid Ehrfurchtgebietend schön, aber ihr wisst es nicht. Und vielleicht hilft mir dieses Lied ja etwas weiter. Und vielleicht dir auch. Und vielleicht kennst du es schon. Es ist von Sarah Connor, wie schön du bist. Danke, Sarah Connor, wie schön du bist. Und um zu erkennen, wie schön ich bin, darf ich natürlich hin und wieder in den Spiegel schauen. Und im Spiegel kann ich sehen, wie ich körperlich aussehe. Und das heißt ja auch nicht umsonst, die Augen sind das Tor zur Seele. Und wenn ich mich wirklich, wirklich tief erkennen und sehen möchte, dann darf ich in die Augen eines anderen Menschen schauen. Dann darf ich mir anschauen, wie ich andere Menschen sehe. Denn darin kann ich mich selbst erkennen. Kommen wir zu dem nächsten Karten-Set. Das heißt, der große Führer, verdammt, der kleine Führer zum großen Erfolg. Impulse für den Alltag. Und das sind, ich glaube auch 72 Karten, jede Menge. Und auch hier fange ich wieder an zu mischen. Und es hilft, oder ich finde es immer schön, eine Intention zu setzen, bevor ich eine Karte ziehe. Und die Intention ist jetzt auf die nächsten drei Monate, im Moment ist ja alles irgendwie drei Monate, in drei Monaten, in drei Monaten, wenn alles wieder wie gewohnt weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, ob das wie gewohnt weitergeht oder ob wir wirklich, wirklich daraus lernen und Veränderungen geschehen lassen. Die Veränderung, die ja längst fällig ist. Nämlich eben wieder zurückzukommen zu mir. So, hier geht es aber um Erfolg. Und meine Frage ist jetzt, was brauche ich, um in den nächsten drei Monaten erfolgreich zu sein? Und das ist sehr offen formuliert, weil jeder versteht was anderes unter Erfolg. Und ich lasse es bewusst mal so stehen. Was brauche ich in den nächsten drei Monaten, um erfolgreich zu sein? Und hier hebe ich dreimal ab. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und Lobe dich selbst. Lobe dich selbst jeden Tag. Schenke dir Lob. Du bist ein mutiges Wesen und du folgst deiner Sehnsucht. Eigenlob stinkt nicht. Es duftet nach Liebe, nach Schönheit und nach Klugheit. Selbstlob ist Selbstliebe. Nochmal. Lobe dich selbst. Lobe dich selbst jeden Tag. Sag, schenke dir Lob. Du bist ein mutiges Wesen und du folgst deiner Sehnsucht. Eigenlob stinkt nicht. Es duftet nach Liebe, nach Schönheit und nach Klugheit. Selbstlob ist Selbstlob ist Selbstliebe. Und das ist ein mutiges Wesen. Und das ist ein mutiges Wesen. Und das ist ein mutiges Wesen. Und das ist kein Tag wie der andere. Und jetzt sind wir in der großen Zeit der Veränderung, weil wir Dinge anders machen müssen. Und da erinnere ich mich an dieses chinesische Sprichwort. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen manche Menschen Mauern und andere Windmühlen. Was baust du, wenn der Wind der Veränderung weht? Die Skorpions. Wind of Change. So. Und weiter im Programm. Denn die erste Stunde, die Hälfte ist fast schon rum. Und ich will noch eine zweite Runde machen. Das fünfte Kartenset vom Robert. Das heißt, die wichtigsten Fragen für ein glückliches Leben. Das sind 51 Karten. So. Du weißt, wie das funktioniert. Ich mische. Ich lasse mischen. Ich werde gemischt. Und hier kommt eine Frage für dich. Das heißt, dieses Set liefert keine Antworten, sondern es stellt dir eine Frage und lädt dich dazu ein, diese Frage zu beantworten. Also diese Frage wirken zu lassen. Und hier hebe ich wieder einmal ab. Und diese Karte hat die Überschrift Leidige Pflichten. Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit den sogenannten leidigen Pflichtarbeiten, die getan werden müssen, wie etwa Autofahren, warten, aufräumen, einkaufen, sauber machen etc. Wie gern machst du diese Tätigkeiten und wie bewusst, achtsam und freudvoll bist du bei diesen Dingen. Sie sind nicht weniger wichtig als alle anderen, denn in jeder Minute findet dein einzigartiges Leben statt. Mach alles so bewusst, dankend, freudig, wie du kannst. Vielleicht hast du es gehört. Ich musste schmunzeln. Denn das ist ja genau jetzt gerade die Zeit, wo viele von uns, ich wollte schon fast sagen, gezwungen sind, diese Arbeiten zu machen. Ist natürlich niemand gezwungen, doch durch diese viele Zeit zu Hause, die Quarantäne, dieses Zuhausebleiben. Vielleicht ist es bei dir auch so, wie bei mir, nämlich, dass ich schon fast, aber wirklich nur fast so eine Art Langeweile entwickle. Also sie ist nicht da, aber es geht schon in die Richtung, dass ich viel mehr aufräume als sonst. Ich habe viel mehr Ordnung geschaffen als sonst. Aus dieser, aus dieser Haltung, ja, was mache ich denn jetzt noch? Also, leidige Pflichten. Ich lese nochmal vor. Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit den sogenannten leidigen Pflichtarbeiten, die getan werden müssen, wie etwa Autofahren warten, aufräumen, einkaufen, sauber machen etc. Wie gern machst du diese Tätigkeiten und wie bewusst, achtsam und freudvoll bist du bei diesen Dingen. Sie sind nicht weniger wichtig als alles andere, denn in jeder Minute findet dein einzigartiges Leben statt. Mach alles so bewusst, dankend, freu dich, wie du kannst. Da kann ich nur, was ich eben damit sagen wollte, ist, dem kann ich so zustimmen, dass das jetzt gerade bei mir passiert. Es macht, also es ist nicht nur aus einer reinen Langeweile, sondern es macht mir irgendwie mehr Spaß, weil ich sage, ich habe ja jetzt viel mehr Zeit. Vorher war ich viel gehetzter und habe das eher so, dieser Grundhaltung, jetzt muss ich hier putzen, aufräumen. Das hat mir nicht so eine Freude gemacht und in den letzten Tagen ist mehr Entspannung bei mir entstanden, sodass ich mich nicht so gehetzt fühle. Und dadurch hat es den Effekt, dass ich diese sogenannten leidigen Pflichten viel, mit viel mehr Freude mache. Ist dieser Effekt bei dir auch eingetreten? Oder wie viel Zeit verbringst du eben am Tag mit diesen sogenannten leidigen Pflichten? Was sind denn zurzeit deine leidigen Pflichten? Wie hat sich das verändert? So, interessante Frage, danke. Damit ist die erste Stunde vorbei und gleich fangen wir nochmal von vorne an. Das heißt, als nächstes wartet die Blume des Lebens wieder auf dich. Doch vorher hat auch Bob Dylan eine Frage für dich, beziehungsweise eine Botschaft mit dem Lied Gotta Serve Somebody. Tina Malia, Heal This Land. Weiter geht's. Meinem Kartenlegen sozusagen. Ich spiele heute das Orakel und habe die Blume des Lebens wieder zur Hand. 50 Karten von Barbara Heiderauter mit der Frage. Wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, was sollte ich dabei beachten? Was sollte ich dabei haben anwenden? Was ist, ah, noch besser. Wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, was ist dabei wichtig? Für mich ist einkaufen immer das, wo ich ja mit besonders oder wo die Gefahr besonders groß ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Nicht, dass das an sich eine Gefahr ist, doch jeder weiß, im Moment dürfen wir das vermeiden, um die Ausbreitung des Viruses einfach möglichst langsam voranschreiten zu lassen. Also, was ist beim nächsten Mal einkaufen? Wichtig. 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 dir die Möglichkeit von karmischen Einsichten angeboten. Dieses Geschenk wird dir heute offeriert, denn auf deinem Lebensweg hast du bereits so viel Positives erledigt. Wenn du erkennst, warum dein Leben und alle, die darin eine Rolle spielen, so sind, wie sie sind, hältst du den Schlüssel des Verständnisses in deiner Hand. Dieser Schlüssel passt zu deinem Herzen und öffnet es für Mitgefühl und Liebe, für dich selbst, für dein Karma und für das Karma deiner Mitspieler. Es ist eine sehr gesegnete Zeit. Wenn du erfüllt bist von Bewusstsein und Erkenntnis, kannst du von den Hütern und Hüterinnen des Karmas eine karmische Absolution erteilt bekommen. Dadurch wirst du frei von allen karmischen Anforderungen, kannst deine Zukunft neu ordnen und lebst von nun an völlig unbefangen und frei von jeglichen Verstrickungen. Dies ist ein Moment des Inhaltens und des freudvollen Feierns. Der Segen des Himmels kommt mit dieser Karte in dein Leben und hilft dir dabei, es auf das Positivste zu ändern, das du dir vorstellen kannst. Ein neues Kapitel wird in deinen Seelenplan geschrieben. Ein Kapitel erfüllt von Freiheit und Vollkommenheit. Challenge. Wenn du diese Karte gewählt hast, ist jetzt ein von Wundern erfüllter Augenblick der Befreiung für dich gekommen. Was auch immer dich gequält haben mag, jetzt ist das Gröbste überstanden. Du hast so viel für deine Entwicklung getan, dass dir die Hüter des Karmas heute ihre lösenden Kräfte anbieten. Alles, was du tun musst, ist, die Vergangenheit loszulassen, indem du dir und allen Beteiligten in deinem Lebensspiel vergibst. Die Kraft der Blume des Lebens unterstützt dich beim Loslassen. Freue dich auf eine vollkommene Neuausrichtung deines Lebens. Freue dich auf eine vollkommene Neuausrichtung deines Lebens. Ja, will ich das denn? Ich will doch einkaufen gehen und wissen, was mir dabei hilft. Jetzt versuche ich den Text nochmal genau unter dieser Prämisse zu sehen. Beim Einkaufen. Das Karma. Langer Text, aber ich muss ihn einfach nochmal lesen. Und ich denke, ich stelle mir dabei vor, dass ich gerade einkaufen bin. Und in meiner letzten Sendung habe ich erzählt, da hatte ich gleich zu Beginn ein spannendes Erlebnis, weil da gleich zwei Männer waren. Der eine sehr irritiert und der andere sehr erbost über die Situation. Mit der Blume des Karmas wird dir die Möglichkeit von karmischen Einsichten angeboten. Dieses Geschenk wird dir heute offeriert, denn auf deinem Lebensweg hast du bereits so viel Positives erledigt. Damit kann ich was anfangen. Sehr allgemein. Und damit kann ich was anfangen. Wenn du erkennst, warum dein Leben und alle, die darin eine Rolle spielen, so sind, wie sie sind, hältst du den Schlüssel des Verständnisses in deiner Hand. Ja, das kann ich auch gut annehmen, denn das ist ja genau das gleiche Prinzip. Annehmen, was ist. Auch die Menschen, die sich aufregen, die dürfen sich aufregen. Dieser Schlüssel passt zu deinem Herzen und öffnet es für Mitgefühl und Liebe für dich selbst, für dein Karma und für das Karma deiner Mitspieler. Es ist eine sehr gesegnete Zeit. Wenn du erfüllt bist von Bewusstsein und Erkenntnis, kannst du von den Hütern und Hüterinnen des Karmas eine karmische Absolution erteilt bekommen. Das müsste mir noch jemand erklären, was das bedeutet. Dadurch wirst du frei von allen karmischen Anforderungen, kannst deine Zukunft neu ordnen und lebst von nun an völlig unbefangen und frei von jeglicher Verstrickung. Damit kann ich was anfangen. Ich lasse los, ich bin frei. Dies ist ein Moment des Innehaltens und des freudvollen Feierns. Also wenn das nicht gefeiert werden kann und soll, dann weiß ich auch nicht. Stimme ich vollkommen mit ein. Der Segen des Himmels kommt mit dieser Karte in dein Leben und hilft dir dabei, es auf das Positivste zu ändern, das du dir vorstellen kannst. Damit kann ich auch was anfangen. Ich öffne mich für das Schöne und das Gute, auch beim Einkaufen. Ein neues Kapitel wird in deiner Seelenplan geschrieben, ein Kapitel erfüllt von Freiheit und Vollkommenheit. Ah, jetzt habe ich das, den letzten Satz. Das ist, ähm, es wird sozusagen gefestigt. Ein neues Kapitel tut sich auf, die positive Veränderung manifestiert sich. Challenge. Wenn du diese Karte gewählt hast, ist jetzt ein von Wundern erfüllter Augenblick der Befreiung für dich gekommen. Was auch immer dich gequält haben mag, jetzt ist das Gröbst überstanden. Du hast so viel für deine Entwicklung getan, dass dir die Hüter des Karmas heute ihre lösenden Kräfte anbieten. Alles, was du tun musst, ist die Vergangenheit loszulassen, indem du dir und allen Beteiligten in deinem Lebensspiel vergibst. Ja, das ist dieser pauschale Teil. Ich bin ja gerade am Einkaufen. Was müsste ich da jemandem vergeben? Die Kraft der Blumen des Lebens unterstützt dich beim Loslassen. Freue dich auf eine vollkommene Neuausrichtung deines Lebens. Das letzte Satz, der macht mir fast schon ein bisschen Angst. Die erste Reaktion war ja, will ich das? Will ich das? Mein Leben komplett neu ausrichten? Mir geht's doch gut. Ich will doch nur einkaufen gehen. Mehr war im Moment nicht geplant. Und vielleicht habe ich hier das passende Lied, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe. Schauen wir mal, was passiert. Queen, don't stop me now. Vor allem, wenn ich im Supermarkt bin. Ein Gedanke für jeden Tag. Den hatten wir zwar heute schon, aber dann nehmen wir einfach den für morgen gleich mit. Schauen wir mal, was der Gedanke oder der zweite Gedanke für den heutigen Tag ist, für den nächsten Tag, für jetzt, für später, für immer. Und auch hier hebe ich wieder einmal ab. Ich könnte das ja, glaube ich, den ganzen Tag machen. So Impulse geben, bekommen. Ich zumindest kann davon nicht genug bekommen. Du bist ein Segen für jeden, der dir begegnet. Und jeder andere ist ein Segen für dich. Ob du bereit bist, ihn zu empfangen, ist deine Wahl. Vielleicht ist das meine Einkaufskarte. Du bist ein Segen für jeden, der dir begegnet. Und jeder andere ist ein Segen für dich. Ob du bereit bist, ihn zu empfangen, ist deine Wahl. Vielleicht werde ich jetzt beim nächsten Einkauf einfach jeden segnen und mich segnen lassen. Das wäre auch mal eine spannende Erfahrung. Du bist ein Segen für jeden, der dir begegnet. Und jeder andere ist ein Segen für dich. Ob du bereit bist, ihn zu empfangen, ist deine Wahl. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Also, ich finde es toll. Ich bin ein Segen für jeden, der dir begegnet. Boah, das, ja, da fällt mir gar nichts zu ein, wie du vielleicht merkst. Ich bin ein Segen für jeden, der mir begegnet. Mehr brauche ich da gar nicht sagen. Ich schiele hier nur jetzt auf meine Liste, welches Lied denn da passen würde. Und jetzt lass dich mal überraschen. Damit rechnest du nie, nie im Leben rechnest du jetzt mit diesem Lied und mit dieser Art von Musik. Die jungen Tenöre sind das mit Ode an die Freude. Ja, wenn da nicht Freude aufkommt, dann habe ich noch andere Lieder, die dich dabei hoffentlich unterstützen. So, jetzt habe ich vergessen, während der Musik das nächste Kartenset bereit zu haben. Und es ist Petar wieder, Perlen der Weisheit. Habs erzählt, Yanni King, die channellt das. Und bei Petar geht es immer darum, wie kommst du zu dir zurück. Wer bist du wirklich? So, die Stille soll ein bisschen Spannung erzeugen. Und völlig fragenfrei hebe ich ab und schaue, welche Karte unten drunter ist. Es geht darum, zu sagen, ich verstehe. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was ich in meinem Leben erschaffen habe. Es geht um die Einsicht, dass es keine Opfer gibt, dass ihr es erschaffen habt. Und mit ihr ist jeder gemeint. Also du. Du für dich. Aber nicht nur du als Individuum, sondern das gilt für jeden. Es geht darum, zu sagen, ich verstehe. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was ich in meinem Leben erschaffen habe. Es geht um die Einsicht, dass es keine Opfer gibt, dass ihr es erschaffen habt. Und am Anfang habe ich immer gedacht, ah ja, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Virus gibt, da habe ich doch nichts mehr zu tun. Ich habe doch nicht diesen Virus erschaffen. Und meiner Meinung nach ist das eben damit auch gar nicht gemeint. Geht nicht darum, ich habe den Virus erschaffen. Ich erschaffe, wie ich auf den Virus reagiere. Ich erschaffe, wie ich auf eine Situation reagiere. Da bin ich eben, da erschaffe ich mein Opferdasein, mein Opferbewusstsein oder mein Schöpferdasein. Das ist das, was ich erschaffe. Ich habe es eben gesagt, oh dann die Freude. Wenn da noch keine Freude aufgekommen ist, dann spiele ich jetzt einen Klassiker, ich glaube aus den 80er Jahren. Wer weiß es. Und es ist so mit einem meiner ersten Schallplatten gewesen. Nicht meine erste, das war Falco, aber doch auch eine, die ziemlich weit mit dabei war. Und ich habe die rauf und runter gehört. So. Und es könnte sein, dass du das Lied auch schon lange nicht gehört hast, aber es wird Zeit, mitzuschunkeln und zu tanzen. Bobby McFerrin Don't worry, be happy Don't worry, be happy Bobby McFerrin Da fällt mir der Spruch ein, der bei meiner Oma in der Wohnung hing Nicht ärgern, nur wundern So. Kommen wir zu den wichtigsten Fragen für ein glückliches Leben. Ich ändere jetzt die Reihenfolge. Und jetzt kriegst du erst eine Frage. Dann kriegst du wieder Antworten. Und dann am Ende habe ich noch zwei ganz, ganz wertvolle Fragen für dich. So. Aber jetzt erst einmal wieder Fragen. Die wichtigsten Fragen für ein glückliches Leben. Und ich mische diese Karten. Und die habe ich, muss ich hier gestehen, die habe ich nicht im Original vorliegen, weil ich dieses Kartenset nicht zu Hause hatte. Das hatte ich noch nicht. Und es kam jetzt nicht mehr rechtzeitig an. Deswegen habe ich mir die, um sie hier parat zu haben, erst mal selbst ausgedruckt. Und eben gerade kam meine Lieferbestätigung, dass es morgen da sein wird. So. Mischen, 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 mischen. Jetzt mache ich die einfach durcheinander. Und wie der Zufall und das Leben es so will, kommt jetzt die Karte Macht und Ohnmacht. Nochmal, Macht und Ohnmacht. Ja, das passt natürlich eben auch sehr gut in diese Zeit. Denn viele, viele Stimmen sagen ja, dass das alles inszeniert ist. Dass da große Mächte am Werk sind. Also große Mächte im Sinne von die Politiker und wer auch immer, die das Ganze ins Leben gerufen haben, um noch mehr Macht zu bekommen. Die Meinungen gehen da auseinander. Und ich schließe mich dem an, dass diese Krise im Moment genau das hochholt aus dir, was schon da war. Das gilt für jeden. Bei mir holt sie meine Themen hoch und die waren vorher schon da. Und jetzt sind sie eben noch stärker da. Ich schiele auf die Uhr. Ja, das haut noch hin. Jetzt habe ich hier ein schönes Lied. It starts now. Denn wenn ich so in meinen Facebook-Stream schaue, dann sind da eben viele, ich nenne es mal Verschwörungstheorien. Und jeder weiß es ja immer besser. Ich natürlich auch. Ich habe meine Wahrheit. Und da ist oft so dieses Vergleichen, wer, nicht nur wer hat jetzt Recht, sondern generell, was mir immer wieder begegnet, ist ja, wer ist weiser, wer ist schlauer, wer ist erleuchteter. Und es hilft mir, immer wieder zu mir zurückzukommen und mich darauf zu besinnen. Das Vergleichen nichts bringt. Es fängt jetzt an. Es fängt jetzt an. Veränderung fängt jetzt an. Veränderung ist jetzt. Und darum geht es auch in dem Lied von Blondisch. It starts now. Ja. It starts now. Und die Stimme, die du da gehört hast, das ist Alan Watts, ein Philosoph, der viele schöne Texte hat. Doch zurück zu unserem heutigen Thema. Du hörst mal aus Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Und heute mit Kartensets, Orakeln, Weisheiten und wie ich eben angekündigt habe, habe ich jetzt noch Antwortkarten für dich. Und dann habe ich noch zwei sehr wertvolle Fragen. Und bevor ich jetzt die nächste Karte ziehe von dem kleinen Führer zum großen Erfolg, lade ich dich ein, dass du dir eine Frage überlegst, worauf du jetzt sozusagen eine Kartenantwort möchtest. Einfach mal, wenn du kannst, wenn du die Situation zulässt, die Augen kurz schließen. Tiefen Atemzug nehmen und mal rein spüren, worauf kannst du jetzt eine Antwort gebrauchen. Wobei kannst du Unterstützung gebrauchen. Und ich glaube, die Karte kann dir dabei helfen. Einatmen, ausatmen. Ich habe meine Frage, aber die behalte ich für mich diesmal. Und die Hände, sie mischen die Karten. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Jetzt lege ich sie durcheinander auf den Tisch, neben das Mischpold. Und ziehe eine, zwei, drei, vier und die fünfte Karte soll es sein. Mache Frieden mit den Eltern deiner Kindheit. Die Eltern deiner Kindheit sind die größten Türen in deine Freiheit. Mache Frieden mit ihnen und mit deiner Kindheit. Erkenne, sie konnten nichts anders und haben ihr Bestes gegeben. Nimm deine Urteile zurück und erkenne ihren Beitrag zu deinem Erwachen. Nochmal. Mache Frieden mit den Eltern deiner Kindheit. Die Eltern deiner Kindheit sind die größten Türen in deine Freiheit. Mache Frieden mit ihnen und mit deiner Kindheit. Erkenne, sie konnten nichts anderes und haben ihr Bestes gegeben. Nimm deine Urteile zurück und erkenne ihren Beitrag zu deinem Erwachen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Erwachen und Erwachsen sehr ähnliche Begriffe sind und dass es irgendwo auch darum geht, erwachsen zu werden. Und wenn ich Frieden mache mit den Eltern meiner Kindheit, das heißt so, wie ich meine Eltern als Kind wahrgenommen habe, dann wachse ich weiter. Und vielleicht sogar über mich hinaus. Und wenn ich das mache, dann ist kein Ziel zu weit, dann ist kein Berg zu hoch. Dann kommt Kraft und unterstützt mich bei dem, was ich erreichen möchte. Sound and Soul ain't no mountain high enough. Rain of Blessing von Sina Wodiani und davor, das war Zusammenstehen von Säbel. Ein Lied zur aktuellen Lage, sehr spontan vermute ich mal, hat er das zusammen gebastelt. Und es gibt irgendwie sehr viele Lieder. Mir geht es eher ein bisschen zu schnell, dass so viele Videos rumgeschickt werden, so viele Lieder und Texte und ich komme gar nicht hinterher, mir das alles anzugucken. Also die Krisenlösungen sind manchmal schon schneller, bevor eine Krise überhaupt da ist. So kommt es mir manchmal vor. Ja, jetzt habe ich eben angekündigt, dass ich noch zwei sehr wertvolle Fragen für dich habe. Die eine Frage, die bezieht sich auf das Jetzt und die andere Frage auf das Zukünftige. Bist du bereit, die Fragen zu hören? Ah, jetzt habe ich was vergessen. Und zwar kommen wir dem Ende zu. Und bevor ich dir jetzt diese Fragen mitgebe, weise ich darauf hin, dass die nächste Sendung wie immer wie gewohnt in zwei Wochen stattfindet. Das ist der Montag, der 20. April von 15 bis 17 Uhr. Stammtisch entfällt zurzeit. Vielleicht mache ich mal online einen. Wenn du Interesse daran hast, schreib mir eine E-Mail an radio-at-marius-schäfer.de. Vielleicht ist das mal im Moment eine Alternative, wenn wir dir alles online gemacht. Also Frage Nummer eins. Zurzeit, wenn dich etwas beschäftigt, wenn du nicht glücklich bist, ist die Frage, was wird durch die aktuelle Situation für dich möglich? Was wird dadurch möglich, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist? Nochmal. Was wird möglich dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist für dich? Frage Nummer zwei. Was soll das neue Normal sein? Wir haben Veränderung und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und was wünschst du dir, soll das neue Normal sein? Wie hättest du es gerne danach, dass du sagst, und das ist jetzt das neue Normal. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und alle Folgen gibt es nochmal bei mir auf der Webseite zum Nachhören. Meine Webseite marusschäfer.de Und ja, das war Marus Lebensimpulse. Du hörst Radio Rheinwelle 92,5. Heute habe ich etwas orakelt, Kartenleger gespielt. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und denke mal daran, du bist wundervoll, du bist wunderbar und das Leben liebt dich. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de